Es gibt ein unentdecktes Land voller faszinierender Möglichkeiten. Sich selbst. Die größte Entdeckung, die man in einem Leben machen kann, ist, sich selbst zu entdecken. Die meisten Menschen sind durch die Illusion des Ichs aus der Mitte gefallen und haben sich selbst vergessen. Machen wir uns bewusst, wir sind zu Gast auf einem schönen Stern, aber auf dem Weg zu uns selbst haben wir uns selbst aus den Augen verloren. Wir haben vergessen, wer wir wirklich sind. Diese Selbstvergessenheit hat dazu geführt, dass wir wie Opfer der Umstände leben, obwohl wir deren Schöpfer sind. Wir sind nicht geboren, um zu leiden, und wir brauchen nicht suchen, was wir nie verloren haben. Das Zeitalter des Egos geht zu Ende. Wir sind hier, um an der Vollendung des Experimentes der Dualität mitzuwirken. Das können Sie aber nur, wenn Sie zuvor die Grenzen des Egos überschreiten. Wenn Sie sich als mehrdimensionales Bewusstsein erkennen, das auf vielen Seinsebenen existiert, von denen aber nur eine dem bewussten Denken zugänglich ist. Wann immer Sie einen weiteren Aspekt Ihres wahren Seins entdecken, kommen Sie der Wahrheit dessen einen Schritt näher, wer Sie wirklich sind, bis Sie Ihr wahres Wesen auf allen Ebenen erkennen können. Da Ihr multidimensionales Sein außerhalb der Reichweite Ihres Denkens existiert, können Sie es mit dem begrenzten und begrenzenden Denken nicht erfassen, sondern Sie können es nur als Bewusstsein wahrnehmen. Wer glauben Sie zu sein? Am Anfang waren Sie ein Teil des Seins. Um zu erleben, wer Sie sind, wurden Sie ein individualisierter Teil des einen Bewusstseins. Sie sind freiwillig durch das Tor der Geburt eingetreten in eine menschliche Existenz, um am Spiel des Lebens teilzunehmen. Mit Ihrer Wahl, Mensch zu sein, nahmen Sie auch das bewusste menschliche Denken an. Nun ist es an der Zeit, das Experiment der Dualität, das hier auf der Erde läuft, zum Abschluss zu bringen. Dieses Spiel der Dualität haben Sie vor unendlich langer Zeit begonnen. Und jedes Leben, das Sie auf der Erde verbracht haben, lebten Sie in der Illusion des Getrenntseins vom Ganzen. Sie erlebten sich als Ego. Sie haben vergessen, dass das Leben ein Spiel ist, das Ihnen zur Freude erfunden wurde, und Sie glauben nun, Sie wären dieser Körper. Körper, Verstand und Gemüt aber sind nur Ihre Instrumente der Wahrnehmung, Werkzeuge Ihres Handelns. Sie aber sind der, der diese Werkzeuge gebraucht und beherrscht. und Sie sind der, der in der Tiefe Ihres Seins weiß. Dieser Teil von Ihnen, Ihr wahres Selbst, ist nicht identisch mit dem Körper, noch mit dem Denken oder Fühlen, ja nicht einmal mit dem Leben. Und der Sinn des Spiels des Lebens ist es, dieses wahre Selbst zu entdecken. Die einzig wirkliche Entdeckung, die Sie in diesem Leben machen können. Denn sie ist der Schlüssel zur Sinnerfüllung menschlicher Existenz. Wenn Sie Ihr wahres Selbst erkannt haben, sind Sie am Ziel allen Suchens. Dann brauchen Sie Ihr kleines Ich, Ihr Ego nicht mehr, das notwendig war, um Körper, Leben und Denken, um einen individuellen Mittelpunkt zu konzentrieren, als Träger für das innewohnende Bewusstsein. Dieses kleine Ich wird dann zum Hindernis auf dem Weg zur weiteren Transformation. Wir aber leben nicht unsere wahre Identität, sondern haben gelernt, bestimmte Rollen zu spielen. Wir haben gelernt, uns so zu verhalten, dass wir Erfolg haben, dass wir Anerkennung finden, dass wir gemocht werden. Wir sind so, wie wir sind, weil die anderen uns so haben wollen und nennen das Ergebnis Stolz unsere Persönlichkeit. Dabei hat das Ganze mit uns kaum etwas zu tun. Und wir spüren tief ihnen auch ganz deutlich, dass etwas nicht stimmt, dass wir an uns selbst vorbeileben. Wir fühlen uns unwohl, unzufrieden, unerfüllt, obwohl wir doch scheinbar Erfolg haben. Unsere Seele aber ist traurig, weil wir sie in Muster, Programme, Rollen und anerzogene Verhaltensweisen drängen, die in Wirklichkeit gar nicht zu uns gehören. Auf diese Weise vergewaltigen wir ständig uns selbst und wundern uns, warum wir krank und unglücklich sind. Aber unsere Seele ruft nach ihrem Recht, sich selbst zu leben, denn es ist ihre Mission, sie selbst zu sein. Jede Krankheit, jedes Unglück ist immer nur ein Zeichen, dass wir nicht wir selbst sind. Es wird Zeit, dass wir uns endlich die Achtung, die Aufmerksamkeit und vor allem die Liebe schenken, die wir verdienen. Wenn ich als Kind gelernt habe, mein Selbstbild und mein Selbstwertgefühl aus dem Lob und der Anerkennung meiner Umgebung zu beziehen, dann erfahre ich dadurch etwas über die Erwartungen und Wünsche der Anderen, aber nichts über mich selbst. Ich erfahre, wie die Anderen mich gerne hätten, aber nicht, wie ich bin. Und so lebe ich in Wirklichkeit gar nicht mein Leben, sondern die Vorstellungen und Erwartungen der Anderen. Kein Wunder, wenn ich dann mit meinem Leben nicht zufrieden bin, darin keine Erfüllung finde. Es ist ja gar nicht mein Leben. Ich trage die Kleider der Anderen Leute. Kein Wunder, dass die mir nicht passen. Und wenn ich mich dadurch nicht akzeptiere, dann kann ich natürlich auch Andere nicht akzeptieren. Machen wir uns doch einmal bewusst, was sucht der Manager auf der Karriereleiter, der Kranke beim Wunderheiler, der verliebte Teenager bei seinem Partner oder der Suchende bei seinem spirituellen Lehrer. Sie alle suchen nur das eine, sich selbst, wollen endlich nach Hause kommen, aufhören zu suchen. Aber sie können erst aufhören zu suchen, wenn sie gefunden haben. Dabei ist alles im Grunde ganz einfach. Das Blatt löst sich im Herbst ganz von selbst vom Baum. Der Schnee fällt, der Frühling kommt, das Gras wächst. Alles ganz leicht, ohne Angst, ohne Festhalten wollen, ohne Therapie, ohne Trauma. Das ganze Drama ist nur eine Illusion. Die Wahrheit ist einfach. Sie ist weder gut noch schlecht. Sie ist. Alles ist, wie es ist, ob sie nun zustimmen oder nicht. Wenn sie nicht einverstanden sind, dann leiden sie. Sagen sie aber bedingungslos ja, haben sie das Geheimnis des Glücks entdeckt. In unzähligen Leben sind sie dem Erfolg nachgejagt, haben Geld und Besitz angehäuft, Ansehen und Macht errungen und dabei die Gesundheit verloren. Also haben sie versucht, ihre Gesundheit wieder zu gewinnen und sich irgendwann auf den geistigen Weg gemacht. Sie haben vielleicht Selbsterfahrungsgruppen mitgemacht, Encounter und Primärtherapie, sie haben sich zurückführen lassen und Uhr geschrien, sie haben den kosmischen Ton gehört und das lautlose Klatschen der einen Hand, aber Erfüllung haben sie so nicht gefunden. Und irgendwann fragen sie sich, was nun? Sie suchen immer noch nach dem einen, dem ursprünglichen Zustand des Seins, dem wahren Leben. Alle noch so perfekten Erfindungen des menschlichen Geistes haben sie diesem Ziel keinen Schritt näher gebracht. Dabei wissen sie tief innen drin, dass sie alles haben, was sie zu diesem wirklichen Leben brauchen. Sie wissen, dass alle Probleme nur in ihrer Einbildung existieren, wissen, dass über dem Nebel die Sonne scheint und sie wollen endlich nach Hause ins Licht. Und eines Morgens wachen sie auf und die Seifenblase ist geplatzt. Sie haben alles, wonach sie sich immer gesehnt haben. Sie sind endlich sie selbst. Das ist es, wonach sie immer gesucht haben. Und das ist alles. Das kann aber erst geschehen, wenn sie dem Ego nicht mehr gestatten, die Illusion des Getrenntseins aufrecht zu erhalten, wenn ihr Bewusstsein so weit geworden ist, dass es alles Sein erfasst, von dem sie in Wahrheit nie getrennt waren. Ihr Ego hat es ihnen ermöglicht, am Erleben der Dualität teilzunehmen. Das ganze Spiel des Lebens ist ein Ausdruck des unbegrenzten Potenzials der Istheit. Sie können ihr persönliches Erleben der Dualität transzendieren, indem sie erkennen, dass alles Getrenntsein eine Illusion ist. Indem sie ihr Bewusstsein von dieser Illusion des Getrenntseins abwenden, verändern sie auch das Bewusstsein der Anderen. Erheben sie zu sich selbst. Wenn sie anfangen, in Kontakt zu treten mit ihrem wahren Selbst und immer mehr aus diesem wahren Selbst heraus leben, dann fühlt sich das Ego bedroht. Es möchte die Illusion des Getrenntseins aufrechterhalten. Es gibt ihnen das Gefühl, besser oder schlechter zu sein als andere und trennt sie so von ihnen. Sobald sie aber dieses Getrenntsein überwinden, werden sie bedeutende Veränderungen erleben. Das Ego macht jede Angst in ihnen mobil, um sie von diesem Weg abzubringen, um sein Überleben zu sichern. Jetzt sind sie aufgerufen, wirklich weise zu handeln. Kämpfen sie nicht gegen ihr Ego, sondern machen sie es zu ihrem Freund. Es könnte ihr bester Freund werden. Ja, im Grunde war es das immer, denn es war das Ego, das sie als ein guter Lehrer immer wieder in Versuchung geführt hat, um sie zu zwingen, sich klar zu entscheiden. So hat es ihnen geholfen, dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Bleiben sie auch jetzt sein Freund. Ja, vertiefen sie die Freundschaft, denn wenn das Ego ihr Freund ist, kann es ihnen helfen, den letzten Schritt zu tun, den Schritt zu sich selbst. damit sie von da an als sie selbst leben können. Laden sie ihr Ego ein zu einem geistigen Gespräch unter Freunden. Sagen sie ihm, dass die bevorstehenden Veränderungen keineswegs sein Ende bedeuten. Helfen sie ihm, seine wahre Natur zu erkennen, als einen individualisierten Teil des einen Bewusstseins. Helfen sie ihm zu erkennen, dass es ebenso ein Teil des Ganzen ist, des Einen, der als viele in Erscheinung getreten ist, um am Spiel des Lebens teilzunehmen, mit dem Ziel, sich selbst in seiner Ganzheit zu erleben. Sobald ihr Ego seine Angst verloren und seine wahre Natur erkannt hat, haben sie einen wahren Freund, der ihnen mit Freuden helfen wird, die letzten Schritte zu tun, zu sich selbst, in die Einheit allen Seins, um zu leben, als der, der sie wirklich sind, als sie selbst. Sie sind hier, um ihr wahres Selbst zum Ausdruck zu bringen, um das Eine in sich und allen zu erkennen. Und wann immer sie zu einem Menschen in Beziehung treten, haben sie Gelegenheit, sich in ihm zu erkennen und zu lieben. Jeder, der ihnen begegnet, ist ein Aspekt des einen Bewusstseins und damit ein Teil von ihnen, sie selbst. Wann immer sie lieben, lieben sie das Eine. Und ihr Leben wird voller Freude sein, denn sie leben von nun an in der Wirklichkeit der Wahrheit. Ist es nicht großartig, in dieser Erkenntnis zu leben, als sie selbst? Im Spiel des Lebens spiele ich immer neue Rollen, bis ich mich selbst gefunden habe. Nicht mein Selbst, denn es gibt nur das Selbst, das als Ich in Erscheinung tritt. Irgendwann muss ich das Ich loslassen, denn es ist nur eine Illusion und in der Erleuchtung ist kein Platz für Illusion. Versuchen wir Erlösen, sondern lösen uns vom Ich. Dann sind wir wirklich erlöst. Sie können alles erreichen im Leben. Sie können reich, mächtig und angesehen sein. Wenn sie sich selbst versäumen, haben sie nichts erreicht, war ihr Leben vergeblich. Geben wir uns eine Chance wirklich zu leben. Erinnern wir uns wieder daran, wer wir wirklich sind und worum es wirklich geht in diesem Leben. Es geht darum, ich selbst zu sein, diese innere Weisheit zu erkennen und zu leben und mit dieser erwachten Weisheit zurückzukehren in meinen Alltag, um sie auch dort zu leben. Um so auch anderen zur Chance zu werden. Wir leben, um uns selbst zu finden, um wir selbst zu sein und um dann auch anderen helfen zu können, ebenfalls zu sich zu finden. Das ist der Sinn unseres Daseins, unsere Verpflichtung gegenüber uns selbst und dem Leben. Wir erkennen auch, dass es nicht der Sinn des Lebens ist, das Glück für unser jeweiliges Ich anzustreben, sondern für das wahre Selbst, das Ich bin. Und das heißt, die Vollkommenheit des wahren Selbstes immer vollkommener zum Ausdruck zu bringen und so in Harmonie mit der Schöpfung zu sein. Nichts, was man haben kann, macht glücklich. Es gibt genug Menschen, die alles haben, aber nicht glücklich sind. Glücklich werden kann ich nur, indem ich bedingungslos Ja sage zum Leben und nicht Ja, aber oder gar Nein. Wann immer ich leide im Leben, habe ich Nein gesagt oder Ja, aber. Den Sinn meines Lebens kann ich aber nur erfüllen, wenn ich ihn erkenne und lebe als der, der ich wirklich bin. Der erste Schritt, mein Leben wirklich zu führen, ist die volle und alleinige Verantwortung für mein Leben und Schicksal zu übernehmen. Ich allein bin der Schöpfer meiner Lebensumstände. Es gibt dabei keine Schuld, sondern nur Ursache und Wirkung. Ich allein trage die volle Verantwortung dafür, was ich denke, fühle, sage und tue und ich allein trage die Folgen. Aus dieser Verantwortung gestalte ich mein Leben bewusst, mache mir bewusst, wo und wodurch es noch nicht stimmt und was zu tun ist, damit es stimmt. Ich brauche auf nichts und niemanden zu warten, brauche dabei keine Hilfe, sondern kann jetzt tun, was jetzt zu tun ist. Aus dieser Eigenverantwortung überlasse ich keinem anderen mehr die Führung in meinem Leben. Ich selbst bestimme, was geschieht. Aus dieser Verantwortung ergeben sich zwangsläufig bestimmte Konsequenzen und wieder entscheide ich, wann ich bereit bin, sie zu ziehen. Ich brauche mich nur zu fragen, was würde mir Freude machen, was würde mich erfüllen und das zu tun. Ich kann mich dabei immer von der Freude führen lassen. Dann erkenne ich, wo ich zustimmen kann, was mit mir übereinstimmt und damit auch schöpfungsgerecht ist. Daraus ergeben sich für jeden in jedem Augenblick die individuellen Schritte und aus diesen Schritten entsteht so sein einmaliger Weg. Irgendwann frage ich nicht mehr, dann bin ich einfach. Dann geschieht Leben ungehindert durch mich und sie bestimmen, wann irgendwann ist, zum Beispiel jetzt. Ich beende die Sünde der Trennung von mir selbst und damit vom Leben und werde so immer authentischer, echter, ehrlicher und damit immer heiler. Wirklich erleben heißt präsent sein und wahrnehmen was ist ohne Erwartung und Urteil. Erleben heißt Anteil nehmen, wirklich ein Teil des Erlebten zu sein, eins zu werden mit dem Leben. Wenn ich ganz im Hier und Jetzt bin, dann bin ich auch im Einklang, bin stimmig, bin angekommen. Ich mache mir bewusst, dass das mein ganz natürlicher Zustand ist und dass es einer Anstrengung bedarf, nicht im Hier und Jetzt zu sein. Es bedarf einer Aktivität, einer Kreation. Ich muss es aktiv tun, um in etwas anderes zu sein, als in der Wirklichkeit des Hier und Jetzt. Indem ich jede Illusion loslasse, komme ich in der Wirklichkeit an, die ich eigentlich nie verlassen habe. Das ganze Leben ist Lernen. Aber dieses Lernen ist nicht das Ansammeln von Wissen, sondern in Wahrheit das Erinnern an die Wirklichkeit. Das so Gelernte wird nicht nur gewusst, sondern gelebt. Darüber brauche ich auch nicht nachzudenken, denn Nachdenken stärkt ebenfalls nur das Ich, die Illusion der Trennung. Solange ich nachdenke, bin ich auch nicht im Hier und Jetzt. Das Leben und das Selbst aber sind ständig nur im Hier und Jetzt. Also trenne ich mich durch Nachdenken von mir selbst und dem Leben. Man kann aus dem Verstand Leben oder aus dem Gefühl. Man kann aus der Vorstellung leben, aus der Erinnerung, aus der Hoffnung, aber alles das ist nicht wirkliches Leben. Es ist die Vorstellung vom Leben, die Reaktion auf das Leben, aber nicht das Leben. Wahres Leben ist Bewusstsein und Ausdruck des Bewusstseins ist Liebe. Wahres Leben geschieht aus dem Herzen und dort sollte auch das Zentrum des Bewusstseins sein. In diesem Bewusstsein können wir anfangen, neue Freunde zu entdecken. Alles das, was ich bisher abgelehnt habe, gegen das ich mich gewährt habe, was ich nicht haben wollte, weil es mir nicht angenehm war. Das sind meine neuen Freunde, die mir wirklich helfen, einen Schritt nach dem anderen zu tun, auf dem Weg zu mir selbst. Überall da, wo ich bisher Nein gesagt habe, sage ich jetzt bedingungslos Ja, gestatte dem Leben zu sein, wie es ist und bin dankbar. Und so finde ich immer mehr in die Liebe, denn Lieben ist Sein, ein Bedürfnis für das Selbst und eine innere Wirklichkeit. Nur wer liebt, lebt wirklich, lebt die Wirklichkeit seines Seins, lebt sich selbst. Deshalb kann man Lieben weder lernen noch verlernen. Man kann es auch nicht tun. Sobald ich aber ich selbst bin, geschieht Liebe von selbst als meine wahre Natur. Irgendwann erkenne ich es als die Natur des Selbst. Bin ich in die Wahrnehmung dessen, was ist, hineingewachsen, bin spirituell erwachsen geworden. Dann nehme ich ständig alles wahr, was ist, kann alles erkennen, indem ich einfach mein Bewusstsein darauf richte, offen bin. Wann immer ich dann eine Frage habe, brauche ich sie mir nur bewusst machen und das Leben antwortet. Und ich erkenne, ich habe alles wissen der Welt, sogar das noch nicht offenbarte in mir. Dort wartet es seit ewigen Zeiten darauf, dass ein erwachtes Bewusstsein es wahrnimmt. Das gibt mir eine ganz neue Sicherheit. Ich lebe ständig in dem Bewusstsein, dass alles, was ist, zu meinem Besten geschieht. Alles will mir nur dienen und helfen und alles ist für mich da. Und mir kann nichts mehr geschehen, denn ich bin. Ich war immer und werde immer sein und keine Macht der Welt kann daran etwas ändern. Dann kann ich auch nichts mehr verlieren, denn ich besitze nichts mehr. Alles, was ich habe, ist eine Leihgabe des Lebens, die mir zur Verfügung steht, solange ich sie brauche. Wird sie mir genommen, ist das nur ein Zeichen dafür, dass ich sie nicht mehr benötige und so lasse ich sie wieder los, um das in Empfang zu nehmen, was ich jetzt brauche. Und immer ist alles da, das Richtige und zur rechten Zeit. Von da an bin ich eingebettet in die Geborgenheit des Lebens und das Leben geschieht durch mich. Ich bin nur noch der stille und dankbare Beobachter des Seins. Erlebe bewusst, was geschieht. Ich kann auch jederzeit mit meinem Leben und dem Sein in einen Dialog treten, kann Fragen stellen, um Führung bitten oder um eine Entscheidung, mein Signal. Fall. Je mehr ich mich aber öffne, je mehr ich ich selbst bin, desto schneller reagiert das Leben, bis mir die Antwort bewusst wird, bevor ich eine Frage stellen kann. Bin ich dann ganz ich selbst, brauche ich keine Antworten mehr, weil die Fragen verschwinden. Das Urteilen verschwindet und wird zur Wahrnehmung. Das Gegenteil verschwindet und wird zur Einheit, zum Teil, der das Eine erst ganz sein lässt. Das Äußere ist nur noch ein Spiegel des sonst unsichtbaren Inneren und damit wieder ein Teil des Ganzen. Und ich erkenne das Ewige in mir und mich als Teil von ihm, als Teil und als das Ganze. Dann ist Leben nur noch Begeisterung und eine Liebeserklärung an das Sein, reine Freude, Enthusiasmus im wahrsten Sinne des Wortes, denn Entheos heißt wörtlich von göttlichem Geist mit göttlicher Kraft erfüllt sein. Das ist wahrer Enthusiasmus. Auf die Ebene des Seins kann man allerdings sein Ego nicht mitnehmen. Hier müssen sie schon wirklich sie selbst sein. Mit dem Selbst ist es wie mit einem Auto, was ja auch Selbst heißt. Das Auto bewegt sich nicht von allein. Sie müssen erst nach innen gehen, um es in Besitz zu nehmen. Dann können sie es bewegen und lenken und kommen so schneller ans Ziel als zu Fuß. Sie sollten vom Suchenden zum Finder werden. Denn Sucher suchen ewig, Finder aber finden ständig. Die größte Entdeckung, die man in einem Leben machen kann, ist ohnehin sich selbst zu entdecken. Zu erkennen, wer sie wirklich sind und dass es nichts mehr zu werden gibt, nur noch zu sein. Aus diesem Sein heraus kann man das Leben einfach geschehen lassen, in der Erkenntnis, dass sie selbst das einzig wahre Ziel sind. Und da sie gar nicht anders können, als sie selbst zu sein, sind sie die ganze Zeit schon am Ziel. Sie können endlich aufhören, an sich zu arbeiten, sich zu bemühen, vorwärts kommen zu wollen, wo immer das sein mag, sich zu ändern. Sie brauchen nur noch zu sein. Bewusstsein aber ist nicht etwas, das man zehn Minuten täglich oder zwei Stunden oder sechs Stunden täglich praktiziert, auch nicht etwas, das man sonntags tut. Bewusstes Sein ist ein Zustand des Bewusstseins, ein Weg zu leben, der ständig gegangen werden sollte. Dieser Weg ist nicht nur natürlich, er ist letztlich der Einzige. Auch im Zeitalter der Raumfahrt ist die Reise zu sich selbst das größte menschliche Abenteuer geblieben. Denn der Mensch kann mit seinen Sinnesorganen bestenfalls ein Prozent der bekannten Energiefrequenzen wahrnehmen. Das Abenteuer aber beginnt, wenn wir anfangen, die restlichen 99 Prozent zu entdecken. Es ist sehr anstrengend, im höchsten Bewusstsein zu bleiben, als ein Ich. Denn man kann nicht lange auf Zehenspitzen stehen, so fällt man immer wieder zurück. Das geschieht, wenn ich als Ich ins Selbst gehe. Wenn ich mich aber erinnere, wer ich wirklich bin, mich mit mir selbst identifiziere und als Ich selbst lebe, dann falle ich nicht wieder zurück. Ich bin Ich selbst und bleibe es auch im Alltag. Dann geschieht ein Entwicklungssprung. Ich komme ganz von Selbst, vom Wissen zum Tun, durch mein Sein. Wenn ich bereit bin, kann ich nun das Tor des Himmels öffnen. Das physische Tor zu einem höheren Bewusstsein kann bewusst durch Imagination geöffnet werden. Das ist der Corpus Calossum, die anatomische Verbindung der linken und rechten Gehirnhälfte, wo sich das Zentralnervensystem mit dem Gehirn verbindet. Wer hier bewusst hindurch geht, erkennt die Geheimnisse des Lebens unmittelbar. Er erlebt den Durchbruch zur befreienden Einsicht, lebt von da an im kosmischen Bewusstsein. Das der so vollendete ist der wahre Mensch. Es beginnt damit, dass ich meinen Atem beobachte. Nichts verändern, nur beobachten. Und dann atme ich einmal nur in den linken Lungenflügel. einfach nur nach links atmen. Und dann einmal nur mit dem rechten Lungenflügel atmen. Ich atme nur in den rechten Lungenflügel. Und nun atme ich einmal ganz bewusst in beide Lungenflügel gleichzeitig. Obwohl es sich anhört wie normales Atmen, ist es doch ganz anders. Ich atme nun senkrecht nach unten in den Tantien, in den Unterbauch. Atme so weit nach unten wie ich kann. Am besten bis auf den Sitz. Obwohl das anatomisch nicht möglich ist, lenke ich die Atem Energie bis auf den Sitz. Mache mir bewusst was dabei mit mir geschieht. Atme dann einmal senkrecht nach oben über den Körper hinaus, zumindest aber bis in den Kopf. Und mache mir bewusst wie sich das anfühlt. Und dann atme ich einmal nach unten und oben gleichzeitig. Und nun atme ich einmal nach vorn und hinten gleichzeitig. Und zwar so weit es geht. Ich erweitere damit meinen Atemraum und nun atme ich einmal nach beiden Seiten gleichzeitig. Und als letzten Schritt atme ich nun von meiner Mitte aus nach allen Seiten gleichzeitig über den Körper hinaus in meine Aura. Meine Aura, mein Energiefeld ist mein Atemraum. Und mein Atemraum ist damit größer als mein Körper. Das ist die natürliche Vollart. Wenn ich bereit bin, bleibe ich von nun an dabei. Atme mit meinem ganzen Energiefeld. Das Atmen war nur die Vorübung. Kommen wir jetzt zur Hauptübung. So wie ich zuvor meinen Atem beobachtet habe, beobachte ich nun meine Gedanken. Ich wähle mir einen bestimmten Gedanken aus, den ich gerne denke und denke diesen Gedanken einmal nur mit meiner linken Gehirnhälfte. Das ist vielleicht genauso, wie ich es immer schon getan habe, vielleicht aber auch schon ganz anders. Und nun denke ich diesen gleichen Gedanken einmal nur mit meiner rechten Gehirnhälfte und mache mir den Unterschied bewusst und erkenne, da ist ein Unterschied. Und nun öffne ich einmal ganz bewusst in der Imagination die Verbindung zwischen beiden Seiten wie eine Schiebetür nach vorne und hinten und denke einmal den gleichen Gedanken in dem so neu geschaffenen Denkraum mit der linken und rechten Gehirnhälfte gleichzeitig denke einmal ganz hirnig und mache mir bewusst wie sich das anfühlt. Wenn ich bereit bin, bleibe ich zumindestens bei diesem ganz hirnigen Denken und nun denke ich den gleichen Gedanken einmal mit dem Bauch als Denkraum und wieder mache ich mir bewusst wie sich der und dann denke ich den gleichen Gedanken einmal mit dem dritten Auge mit der Stelle zwischen meinen Augenbrauen und erkenne, dass dadurch mein Denken präziser wird, genauer und nun denke ich den gleichen Gedanken einmal mit meinem Herzen spüre was mit diesem Gedanken geschieht wenn ich ihn im Herzen bewege wenn ich mit meinem Herzen denke und nun denke ich den gleichen Gedanken einmal in allen Denkräumen gleichzeitig denke mit meiner Aura mit meinem ganzen Energiefeld Mein ganzes Energiefeld meiner Aura ist mein neuer Denkraum und ich bin damit im holistischen Denken und wenn ich bereit bin bleibe ich dabei und erkenne wie viel weiter mein Denken dadurch geworden ist bin ich aber bereit gehe ich noch einen Schritt weiter ich öffne in der Imagination diesen neuen Denkraum wie ein Ei und lasse mein Denken unendlich werden denke einmal den gleichen Gedanken mit dem ganzen Universum als Denkraum und bin damit im universellen Denken und wenn ich bereit bin bleibe ich beim universellen Denken Denke einmal bewusst einen anderen Gedanken mit dem ganzen Universum Wenn ich mit dem ganzen Universum denke wer bin dann ich und ich erkenne mich als reine Existenz als die eine Kraft Ich bin Ich bin zurückgekehrt ins wahre Leben Wenn ich das Tor des Himmels geöffnet habe kann ich eintreten in die Zeitlosigkeit und dort bleiben Ich erkenne die Stille als Weg zu mir selbst und tue bewusst das was ich gerade tue Wenn ich esse dann esse ich Wenn ich arbeite dann arbeite ich ganz und wenn ich ruhe dann ruhe ich vollkommen Ich erinnere mich ständig an mich selbst denke fühle rede und handle als ich selbst Ich lebe in der bewussten Selbstidentifikation und damit in der ständigen Achtsamkeit und Wahrnehmung Ich nehme wahr ohne zu urteilen und erkenne was ist Ich gehe in die Mitte des Schweigens und verweile bei nichts was geringer ist als ich bin Ich erkenne die Weisheit der Unwissenheit und beginne den Suchenden zu suchen Ich weiß auch Buddha war zuerst nur ein ganz gewöhnlicher Mensch Ich spiele von nun an das Spiel des Lebens als Meister und weiß Gott das eine Bewusstsein ist überall und der einzige Weg ihn nicht zu finden ist ihn zu suchen Indem ich mich selbst immer mehr entdecke erkenne ich wie einfach die Lösung aller Probleme des Daseins ist Denn mit meinem Bewusstsein erschaffe ich meine Welt Leid und Schmerz sind nur existent durch meinen Widerstand gegen schöpfungsgerechtes Sein Als Meister werde ich Schüler bei mir selbst und praktiziere einen meisterlichen Umgang mit meinem Ego und meinem Verstand als meine wichtigsten Lehrer auf dem Weg zu mir selbst und zu meiner geistigen Geburt Ich erlebe bewusst meine geistige Geburt indem ich die Illusion des Ichs endgültig loslasse und erwache zu meiner wahren Identität und mich erkenne als Eigenschaftsloses Sein Mein unpersönliches Leben hat gerade begonnen Der Inhalt und die Freude meines Lebens sind es andere an sich zu erinnern Dabei ist nichts zu tun Ich brauche nur zu sein der ich bin und kann so eines Tages die Welt ein bisschen besser zurücklassen als ich sie vorgefunden habe Wenn Sie bereit sind zu einer Meditation hier ist Ihre Einladung in diesen Augenblick 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 ist nicht nur ein kurzer Zeit Abschnitt er ist gleichzeitig auch das Tor in die Zeitlosigkeit in das ewige Jetzt Sobald wir in die Gedankenstille gehen und umschalten vom Sehen zur Wahrnehmung können wir durch das Tor des Augenblicks eintreten in das ewige Jetzt Stellen Sie sich vor dieser Augenblick sei ein Ort in Ihnen Schließen Sie die Augen Öffnen Sie die Tür nach innen und treten Sie ein in Ihre lichte Innenwelt Suchen Sie sich dort einen schönen Platz in diesem Augenblick und machen Sie es sich dort ganz bequem Spüren Sie wie Sie sich von allem lösen was nicht in diesen Augenblick gehört wie Sie ganz im Hier und Jetzt ankommen Spüren Sie wie Sie sich in sich selbst wohl fühlen und diesen Augenblick genießen Machen Sie sich einmal bewusst wie gut es Ihnen geht in diesem Augenblick In diesem Augenblick ist es völlig gleichgültig ob Sie krank sind oder gesund Sie spüren Ihren Körper gar nicht Es ist als ob Sie gar keinen Körper mehr hätten In diesem Augenblick ist es auch völlig gleichgültig ob Sie jung sind oder alt Sie haben gar kein Alter In diesem Augenblick sind Sie ewig Das ist Ihr eigentlicher wahrer Zustand In diesem Augenblick ist es auch völlig gleichgültig ob Sie wenig Geld haben oder Schulden oder Millionen Es ist ohne jede Bedeutung In diesem Augenblick sind Sie reines Sein In diesem Augenblick ist es ganz gleichgültig ob Sie Erfolg haben ob Ihre Wünsche sich erfüllt haben ob Sie Ihr Ziel erreichen konnten Sie sind das Ziel Sie haben alles erreicht was man in diesem Leben erreichen kann Sie sind Sie selbst in diesem Augenblick In diesem Augenblick ist es auch völlig gleichgültig welche Rolle Sie im Leben spielen oder welche Position Sie haben Auch Ihre Vergangenheit ist unwichtig oder Ihre Zukunft oder Ihr Schicksal der 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 die Vergangenheit erlebt hat sind Sie nicht auch nicht der der Schicksal geschaffen hat und in der Zukunft erleben wird Sie sind reines Sein ewige Gegenwart ohne Vergangenheit und ohne Zukunft Sie sind durch die Tür des Augenblicks eingetreten in Ihr ewiges Sein Die einzige Wirklichkeit heißt Ich Bin Die Welt scheint ganz weit weg Ich aber bin bin reines Sein Ruhe in meiner Mitte Kehre in dieser Ruhe jetzt zurück an meinen Platz ins Hier und Jetzt In diesem Augenblick sind Sie ganz Sie Selbst Und wenn Sie sich wieder einmal begegnen möchten Wenn Sie wieder einmal frei sein wollen und einfach sein möchten Dann kommen Sie doch wieder einmal in diesen Augenblick Wobei ist Handeln aus dem Sein Während ich in meiner Mitte Ruhe lasse ich das was zu tun ist ohne Verzögerung durch mich aktiv geschehen Wer das Tao in sich gefunden hat und in seiner Mitte ruht der kennt keine Ungeduld denn wo er gerade ist ist er am Ziel Er ist bei sich selbst angekommen Er will auch nicht mehr etwas besonderes werden denn er ist Es ist auch ohne Bedeutung wie er und sein Leben von den anderen beurteilt wird denn er hat den Mut wirklich sein Leben zu leben das Tao ist die Kunst wirklich zu leben aus der Wirklichkeit dem wahren Sein und so ist das Leben im Tao eine heitere gelassene Sache das Wirken des Tao geschieht unmerklich ist aber von einer ungeheuren Dynamik und überwindet mühelos jeden Widerstand das geschieht ohne jeden Kampf denn durch die Kraft des Tao löst sich der Widerstand auf und wenn etwas im Tao gelöst ist dann ist es auch wirklich gelöst man kann das daran erkennen dass die Lösung für alle Beteiligten stimmt nach einiger Zeit werden sie erkennen dass das Tao Aufgaben im Hier und Jetzt löst die sich erst in der Zukunft stellen wird dann die Aufgabe bewusst erkennen sie dass das Tao längst gehandelt hat Wobei ist ein Zustand bewusster und hellwacher Gelassenheit in dem man die Dinge einfach geschehen lässt dieser Zustand hat nichts mit Passivität zu tun sondern so zu handeln dass die Dinge entsprechend ihrer inneren Wirklichkeit Geschehen Sobald sie Wu Wei praktizieren und im Tao leben können sie aufhören sich Gedanken zu machen über ihre Probleme sie zu analysieren und nach Lösungen zu suchen Es genügt sich die Aufgabe bewusst zu machen und den Rest können sie getrost dem Tao überlassen E F 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